Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Willkommen zu einer neuen Folge des Tele-Stammtisch. Heute bewegen wir uns in ganz unterschiedliche Welten, nicht jenseits unserer Vorstellungskraft, sondern Welten, die aus unserer Vorstellungskraft heraus entstehen. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Ich bin zusammen hier vor dem Mikro einmal mit der fantasievollen Lida, Halli, hallo! Hallo! Dem Zauberhafen Lasse, hi! Hallo! Und ich bin der hoffentlich nicht imaginäre Johannes. Wo bist du? Ich kann dich nicht sehen. Zum Glück hören wir uns alle. Wir besprechen den Film The Imaginary, der heute am 5. Juli auf Netflix veröffentlicht wurde, international. Der ist in Japan schon im Dezember 2023 in die Kinos gekommen. Und es ist eine Adaption des gleichnamigen Kinderbuches. Und es ist der zweite Langfilm von Studio Pornok. Studio Pornok wurde 2015 gegründet von mehreren Leuten, die größtenteils alle von Studio Ghibli kommen. Und der erste Film von Studio Pornok war 2017 Mary und die Blumen der Hexe. Und The Imaginary ist jetzt der zweite Langfilm von Studio Pornok. Vielleicht bevor wir zum Film kommen, habt ihr beide den Vorgängerfilm quasi Mary und die Blumen der Hexe gesehen? Lida, hast du den gesehen? Ja, den habe ich gesehen. Und den habe ich auch in sehr positiver Erinnerung. Auch wenn der natürlich nicht ganz an die Qualität, die man von Studio Ghibli gewohnt ist, was eben eindeutig das große Vorbild dieses Studios zu sein scheint, heranreicht, hat er sehr viele vielversprechende und interessante Aspekte vereint, sowohl künstlerisch als auch narrativ. Ging dir das auch so, Lasse? Ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen. Er steht schon ewig auf meiner Liste und den sollte ich jetzt voll auch endlich mal nachholen. Gibt kein Ausrede, der ist auch auf Netflix. Genauso wie das quasi drei Kurzfilmprojekt, was sie gemacht haben dazwischen, wovon ich auch ein bisschen was mitgekriegt habe. Aber sind jetzt beide auf der Liste. Auf jeden Fall, genau. Bescheidene Helden, das sind drei Kurzfilme zu einem langen Film, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Marie und der Blumen der Hexe, den habe ich vor ein paar Jahren mal geguckt, fand ihn damals gut. Ich habe ihn dieses Jahr gerewatcht und war dann nicht mehr ganz so begeistert. Deswegen war ich so ein bisschen zwiespältig. Also einerseits habe ich mich darauf gefreut, hier ein neuer Anime auf Netflix, der auch, du hast es gesagt, jeder so Ghibli-Magie zumindest versucht zu versprühen. Aber gleichzeitig hatte ich auch so ein bisschen Schiss, ob er mir gefallen wird oder nicht. Für die Zuhörenden, die sich noch gar nicht mit dem Film beschäftigt haben, Lida, magst du einmal sagen, worum geht es überhaupt? Die Handlung mag dem einen oder der anderen von euch bekannt vorkommen. Im Mittelpunkt steht ein kleiner Junge namens Rutger. Also nicht Roger, sondern Roger. Und er ist kein gewöhnliches Kind, denn er ist das Fantasiegebilde eines gleichaltrigen Mädchens namens Amanda. Er ist also ein Imaginary Friend, der Imaginäre des Titels und hat ein ganz essentielles Problem, als Amanda nämlich eines Tages aufhört, ihn sich vorzustellen. Er weiß nicht genau warum, ob sie einfach erwachsen wird, ob sie ihn vergessen hat, ob sie nicht mehr mit ihm spielen will oder andere imaginäre Freunde hat. Aber er wird zu einer Art, ja, abstellgleisartigem Ort verfrachtet, wo auch andere ausrangierte Imaginäre sich aufhalten. Es ist ein bibliotheksartiges Gebäude, wo er auf diese Wesen trifft. Aber nun ist es nicht einfach damit getan, dass Rutger eine neue Person finden muss oder einen neuen Weg zu existieren, wenn der Mensch, der ihn quasi geschaffen hat, seine Existenz nicht mehr weiter anerkennt oder wahrnimmt. Er muss sich auch vor einem sehr fiesen Wesen hüten, das ihn verfolgt, nämlich Mr. Bunting. Und Mr. Bunting frisst angeblich Imaginäre wie ihn, die kein Kind mehr haben oder keinen Menschen, der sie sich ausdenkt. So beginnt also eine sehr fantasievolle und sehr spannende, manchmal düstere Reise dieses jungen Wesens auf der Suche nach einem neuen Weg mit seiner Amanda in Kontakt zu treten oder eine neue Existenz zu finden. Du hast hier ein Wunder vollbracht, nämlich nicht nur hast du ziemlich detailliert beschrieben, worum es geht, ohne tatsächlich bestimmte Details zu verraten, die relativ wichtig sind. Du hast, finde ich, auch einen sehr viel interessanteren Film verkauft, als es das letztendlich ist. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, was wir ja alle ja eigentlich ansprechen müssten, was so ein bisschen so wie so der Elefant im Raum steht, dass dieser Film eine Handlung hat, die von zwei anderen Filmen, die vor sehr kurzer Zeit bei uns bereits im Kino liefen, aufgegriffen und verarbeitet wurde. Und dass so das Thema nicht ansatzweise so originell und innovativ wirkt, wie es eigentlich wirken sollte, denn, das muss man ganz fair sagen, dieser Film hier war zuerst da. Ja, ja, stimmt, aber irgendwie dann gleichzeitig in Produktion und die Buchvorlage ist ja von 2014. Und der Aspekt von imaginären Freunden, inwieweit seid ihr eigentlich damit vertraut? Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch nie einer Person begegnet, die irgendwie gesagt hat, oh, ich hatte mal einen imaginären Freund. Und ich selber hatte auch keinen, vielleicht auch, weil ich ja Geschwister hatte. Und ansonsten war man dann einfach mal allein und hat gespielt. Aber ich habe mir nie irgendwie, das ist so komisch, das ist so ein Medienthema, dass ich irgendwie denke, wurde das von den Medien auch ausgedacht? Und gibt es überhaupt Kinder, die sowas machen? Weil so langsam zweifle ich daran. Dann sage ich einfach mal was dazu. Also eigentlich ist es gar nicht so schlecht, dass du noch niemanden getroffen hast, der keine imaginären Freunde hat. Denn obwohl imaginäre Freunde zu haben in der Kindheit nicht per se pathologisch oder besorgniserregend ist, ist es oft etwas, das ein Symptom ist von massiver Vereinsamung, Traumatisierung oder Kontaktarmut. Es kann manchmal eine Vorstufe sein zur Aufspaltung einer Persönlichkeit. Insofern ist es eher ungewöhnlich, dass Kinder, die in einem kontaktreichen, behüteten, gefestigten Umfeld aufwachsen, imaginäre Freunde entwickeln. Und das ist auch ein Aspekt, den dieser Film mir anspricht, den die beiden anderen Filme, die wir haben, einfach verleugnet oder komplett verschwiegen haben. Da wurde sogar dann fälschlicherweise gesagt in den anderen beiden Filmen, ich sollte sie vielleicht einfach auch mal namentlich nennen, nämlich einmal der Imaginary, also Imaginary, der Horrorfilm. Und dann If von John Krasinski, der Horror-Imaginary, war übrigens von Jeff Wadlow gedreht. Also diese beiden tun so, als ob es eben so wie du es sagst, gang und gäbe wäre, dass Kinder imaginäre Freunde haben, dass praktisch jeder einen hätte. Das wird bei John Krasinski behauptet. Und das ist definitiv nicht der Fall. Es ist eher die Ausnahme. Aber auch Amanda hat Schweres in der Vergangenheit erlebt und in dieser Situation eben auch Roger erfunden. Und das ist für mich zum Beispiel eine große Stärke, dass dieser Film das ganz klar zeigt, dass so schön das wirken mag, dass das Symptom eines Traumas ist in einer ganz tiefgreifenden Erschütterung. Ja, und ich finde, hier ist auch eine der wenigen Filme, wo ich dieses Konzept gesehen habe, wo es in irgendeiner Form auch, weiß nicht, wo es irgendwie realistisch wirkt tatsächlich mit diesen imaginären Freunden. Ich kenne nämlich das Konzept selber, kenne ich von einigen anderen Filmen und Medien. Ein Mickey Mouse Comic hat das dann aufgegriffen, weiß ich noch, wo Mickys alter imaginärer Freund irgendwie wieder auftaucht und Chaos stiftet. Und dann gibt es einen Film aus den späten 90ern, da heißt Drop Dead Fred, mit dem nicht mehr unter uns weinen Rick Mayall als der imaginäre Freund, wo es dann auch eben so ein Konzept ist. Und in beiden von diesen Fällen war der imaginäre Freund einfach nur ein Chaos-Stifter, der alles um sich herum schlimmer macht, wo ich mir denke, das ist kein Freund. Sowas gibt's, sowas machen Freunde nicht. Und dann ist natürlich noch das sehr populäre Beispiel in Inside Out. Also alles, Pixar ist alles steht Kopf. Da haben wir nämlich auch den imaginären Freund und das sorgt da für einer der herzzerreißenderen Momente in dem Film. Ja, und hier eben ist das Thema jetzt wieder aufgegriffen. Und deshalb, weil mir ist so gesehen, halt das Thema persönlich ist mir in dem Sinne fremd. Aber ich kenne es aus Medien, wo ich mir halt immer dachte, gibt's das in echt? Aber hey, es gibt viele merkwürdige Dinge in echt. Also, wie auch immer. Ja, aber wie ihr vielleicht schon an meiner vorigen Reaktion gemerkt habt, ich bin kein großer Freund von diesem Film. Da können wir vielleicht gleich nochmal reingehen. Also ich finde, Lita, du hast es super toll beschrieben. Ich fand auch, dass super schlüssig erzählt wurde, warum sie sich ihn ausgedacht hat. Und vor allem diese, also auch den positiven Effekt für sie. Also wie, was für schöne Momente sie mit Rodger dann hatte, das fand ich, war super gut. Was ich ganz spannend fand, ich finde, der Film ist von der Opticare ja klar an Studio Ghibli angelehnt. Auch wenn er, finde ich, weiß ich nicht, ein bisschen entsättigt wirkt im Vergleich zu so klassischem Studio Ghibli-Film. Ich hatte das Gefühl, eigentlich ist der Film für ein relativ junges Publikum. Aber der wird hier an einigen Stellen richtig, richtig düster. Wie habt ihr das wahrgenommen? Würdet ihr sagen, den kann man auch mit ganz jungen Kindern gucken oder lieber noch nicht? Ich würde ehrlich gesagt sagen, tatsächlich lieber nicht, weil die düsteren Momente wirken so, weiß nicht, so tonal fehlgegriffen irgendwie. Bei mir ist aufgefallen, wenn es düster wird, fehlt jegliche Musik meistens. Oder sie ist nur sehr unterschwellig. Und das macht die irgendwie noch so ein bisschen realistischer, was dann natürlich noch umso fieser ist. Und halt für ganz, also jetzt für, und ich, für ganz kleine Kinder jetzt ab sechs, also wie das dann ja auch letztendlich die FSK empfiehlt, würde ich sagen, ist das definitiv noch ein bisschen eh, wo ich mir sonst immer denke, ah, Kiddies, wisst ihr, denen könnt ihr einiges zumuten und so. Aber das, das Konzept selbst von dem Film ist teilweise so merkwürdig abstrakt. Und es gibt sehr viel Frontloading am Anfang. Und es ist so viel Exposition später noch mit diesen ganzen Regeln. Und was genau der Hintergrund von dem Bösewicht ist, wird nur ganz grob angeschnitten und ist nicht vollkommen verständlich wirklich. Und das, all diese Sachen, wo ich mir halt denke, andere Filme kristallisieren das sehr viel besser heraus, wo sie so sagen, okay, jetzt wird's düster und machen das entsprechend so ein bisschen deutlich und verständlich. Und hier kommen die düsteren Elemente auf eine Art und Weise, wo ich denke halt, die sind gefühlstechnisch eher verwirrend für Kinder. Das, was du kritisiert hast, hab ich gerade als Stärke empfunden, dass dieser Film eben nicht uns hier emotional mit dem Löffel quasi einfüttert, wie eine Szene zu verstehen ist, sondern dass Kinder lernen und hier auch ihnen zugetraut wird, selber zu erkennen und einzuordnen, was ist positiv, was ist negativ, ist diese Figur freundlich oder feindlich, kann ich ihr trauen oder nicht. Wenn wir im echten Leben zum Beispiel etwa Erwachsene wie dieser Mr. Bunting, der am Anfang durchaus ambivalent auftritt und eine seltsam schmierige Freundlichkeit an sich hat und dadurch nochmal creepier wirkt, wenn Kinder da mit Erwachsenen konfrontiert werden, ist es ja auch nicht so, dass immer, wenn jemand ihnen was Böses will, dann von irgendwoher düstere Musik kommt, es wird auf einmal ganz dunkel und die Figur ist dann so ein, naja, so dieser so Must-Touch, Twirling-Villain sozusagen, da muss man ja auch lernen zu unterscheiden. Ich finde, das macht dieser Film hier sehr gut, dass er den Kindern das einmal zutraut und auch aber zeigt, hey, kann ja sein, dass ihr dachte, diese Figur ist positiv, ist sie nicht. Vorsicht, man kann sich täuschen. Nicht jeder ist so, wie er am Anfang erscheint. Manchmal haben Leute andere Interessen oder Ziele, als sie vorgeben. Und dann halte ich auch die Düsternis nicht unbedingt per se für überfordern. Ich denke, es kommt natürlich hier immer ganz stark auf die individuelle Entwicklung eines Kindes an. Und das können meistens die Menschen aus dem nächsten Umfeld besser einschätzen als irgendeine Kommission. Manche Kinder können mit vier oder fünf Jahren schon sehr viel verstehen. Andere sind mit acht oder neun noch komplett überfordert. Aber viele Kinderbücher, egal ob es jetzt Klassiker sind, wie Alice im Wunderland oder die Grimms-Märchen, enthalten sehr brutale, sehr düstere, bis hin zu erschreckende Elemente. Aber das gehört dazu. Und letztlich leben ja die Kinder auch nicht in einer Bubble, sondern in einer Welt, wo Krieg, Terror, Rechtsradikalismus, wo all diese Sachen einfach gegenwärtig sind. Und diese düsteren Elemente in Filmen oder auch in Büchern oder Zeichnungen, wo auch immer, sind eine Möglichkeit, das zu verarbeiten und auch Wege zu finden, wie man bestehen kann und sich positive Ziele bewahren kann, obwohl die Welt eben keine besonders gute und schöne ist. Ja, die Sichtweise verstehe ich auch durchaus. Halt halt mir persönlich war das nur so ein bisschen tonal einfach ein bisschen verwirrend, wo ich mir dachte, gerade halt, wenn es in bestimmten Szenen Figuren ringen auf eine gewisse Art und Weise miteinander und es geht um irgendwie große Gefühle und so, aber dann ist alles irgendwie so seltsam still. Und ich weiß auch nicht, halt irgendwann, ich schätze auch, hey, es ist natürlich auch andere Kultur und so weiter und die werden sich was dabei gedacht haben, aber ich persönlich fand das alles etwas merkwürdig. Also die Stille zum Beispiel bei Mr. Buntings Auftritten ist für mich ein ganz klares Stilmittel. Mr. Bunting frisst die Imagination buchstäblich auf. Das heißt, sobald er da ist, hört alles, was im Film mit Imagination zu tun hat, wie auch die Musik, wie auch eine stärkere, kreative Darstellung der Szenen, auf und wird reduziert. Das finde ich, ist eine sehr gute Verbindung von Narrativität und künstlerischen Stilmitteln. Und ich denke nicht, dass Kinder, also dass man Kinder davor bewahren muss, weil die davon überfordert werden, sondern im Gegenteil ist es eigentlich, dass man schon einen Kinderfilm wirklich filmisch inszeniert und nicht so Teletubbi-mäßig alles nur auf einer ganz flachen Ebene präsentiert. Das fand ich durchaus stark. Und ob, also ob der Film jetzt, ich denke, dass man ihnen auch durchaus Kindern unter sechs zeigen kann, es kommt einfach darauf an, wie weit das Kind ist. Wenn das Kind eher nicht besonders, ja, reif ist oder eher, keine Ahnung, nicht so schnell, dann vielleicht auch erst ab sieben. Das kommt einfach auf das Kind an. Was ich da super schön fand, wie der Film die Perspektive von Amanda und von Rodger einnimmt, weil ich finde das super schön dargestellt, wie die beiden die Welt wahrnehmen, auch in Beziehung zu der Mutter die ihr eigenes Struggle hat. Das fand ich auch eine Stärke an dem Film. Das macht auch Studio Ghibli ja zum Beispiel irgendwie bei meinem Nachbar Totoro oder bei Ponyo. Diese Eltern auch, also, ne, das sind fürsorgliche Eltern, die irgendwie versuchen, mit ihren Kindern auch klarzukommen, gleichzeitig auch eigene Probleme zu haben. Aber das nimmt Amanda ja eventuell gar nicht wahr. Gleichzeitig wird das im Film thematisiert. Das fand ich super schön. Was ich schön fand, war, dass der Film ambivalent war, wo genau er eigentlich spielt. Also, ich meine halt so bestimmte Straßenschilder und gewisse Architektur und so weiter Weisen darauf finden, okay, das könnte England sein und London und so weiter, aber sie sind nicht immer super eindeutig damit. Und das finde ich immer schön, wenn Filme sowas machen, wenn sie es so allgemein halten und man dann sich eben denken kann, oh, das könnte sonst wo sein. Und das fand ich ganz schön. Und einige der Designs und so weiter fand ich auch ganz, ganz hübsch. Andererseits fand ich es teilweise ein wenig, lustigerweise, mit einem Titel wie Imaginary fand ich es teilweise irgendwie etwas zu plump und simpel. Aber es geht letztendlich ja auch um die Vorstellungskraft von Kindern. Und da in dem Sinne ist es natürlich auch ein gewolltes Stilmittel. Und einige der Designs hier lehnen sich auch an die Zeichnungen in dem Buch an. Aber ja, letztendlich ist es so etwas wie Studio Ghibli, die hätten da etwas sehr viel größeres. Ich denke halt immer an solche Sequenzen wie in Chihiros Reise, wo halt diese ganzen schrägen Kreaturen und so weiter sind. Und das ist halt ein hoher Standard, den man nicht überall erwarten sollte. Aber halt ich persönlich fand es in der Hinsicht dann nicht super interessant, optisch. Also in bestimmten Situationen. Ging dir das auch solider? Ja, natürlich kann man jetzt immer sagen, dass der Film hätte oder dass die Story und das Konzept hätte noch viel besser sein können, wenn es ein anderes Studio gemacht hätte. Aber letztlich darf man ja auch nicht vergessen, dass dieses Studio eben erst seinen zweiten Film gemacht hat. Es ist wesentlich kleiner. Es hat gar nicht die materiellen, finanziellen Mittel, vermute ich mal, so ein Projekt zu inszenieren oder auf die Beine zu stellen. Es muss sich ja auch erst mal ein Studio irgendwo hin entwickeln. Insofern ist der Vergleich vielleicht auch, auch wenn er nahe liegt und ich ihn am Anfang selber aufgebracht habe, ein bisschen unfair. Ja, an manchen Stellen denke ich, hätte noch mehr Innovationen durchaus möglich sein können. Ich denke, der Film ist jetzt kein Meisterwerk, den muss man jetzt auch nicht in den Himmel loben. Aber für mich ist er insgesamt wirklich ein positives Beispiel dafür, dass man dieses Studio absolut im Auge behalten sollte. Und dass diese Geschichte eben in der Form hier noch am besten rübergebracht wurde im Vergleich zu den sehr enttäuschenden Interpretationen, die wir dazu schon gesehen haben. Und da ärgere ich mich ganz besonders über John Krasinski, der ganz offensichtlich seine Story von diesem Kinderbuch und diesem Film geklaut hat, dann aber so tut, als ob er sie sich selber ausgedacht hat. Und da denke ich, hätte man zumindest eine Referenz geben müssen. Also das finde ich wirklich unter aller Sau. Ich habe auch, ich habe den If-Film nicht gesehen, aber ich habe auf Twitter einen Kommentar gesehen von Todd in the Shadows, wo er gesagt hat, John Krasinski schnallt anscheinend gar nicht, was imaginäre Freunde überhaupt sind. Passt. Ja, und dieser Film hier hat eine sehr viel bessere Vorstellung davon. Und ein Konzept, was ich ganz, ganz wundervoll fand, war tatsächlich dieses Ganze mit dem Ort, wohin die imaginären Freunde kommen, wenn sie vergessen werden und was sie danach tun. Und davon hätte ich tatsächlich noch sehr viel mehr gerne gesehen, weil ich fand das super niedlich, dieses Szenario, wo sie dann hineingeworfen werden, kurzzeitig. Und auch die Stelle, die sich daraus entwickelt und was dann mit einem der imaginären Freunde dort passiert. Das fand ich tatsächlich war der rührendste, niedlichste Moment im ganzen Film für mich. Und da dachte ich mir, oh, gerne mehr davon. Und dann war das aber leider nicht der Fall. Das kann ich total nachvollziehen. Der Film bleibt da ja sehr auf der persönlichen Ebene zwischen Amanda, beziehungsweise eigentlich ist Rodger ja die Hauptfigur. Aber ich kann auch deine Kritik nachvollziehen, dass die Figuren alle sehr kindlich aussehen. Aber da würde ich auch sagen, das ist super, also eigentlich finde ich das gut, dass das so gemacht wurde, weil es eben nicht wie bei Gero's Reise zum Beispiel so eine Welt voller Geister und Götter ist, sondern das sind alles Kreaturen, die sich halt Kinder ausdenken und natürlich auch aus unserem Leben irgendwie Sachen ziehen. Also Kinder sehen etwas und keine Ahnung, haben irgendwie ein Flusspferd gesehen, aber da machen sie es halt rosa. Und das fand ich halt super schön. Und genauso auch wie du, wie du es angesprochen hast, Lasse, diese Welt, ich finde, die schaffen es, eine Welt zu kreieren, die größer wirkt, auch wenn das für den Film gar nicht so relevant ist. Also es werden so Sachen angeschnitten und gezeigt, die für den Film vielleicht nur so sekundär sind, aber sie sind da. Das fand ich super, super schön. Ja, ja, also da gibt es definitiv einige Pluspunkte. Und ich mochte halt auch einige der Figuren dann da ganz gerne, aber letztendlich was irgendwie, weiß nicht, ich fand halt auch, ich mag Filme sehr gerne, die sich ein bisschen Zeit nehmen und so ein bisschen halt in den relaxten Momenten baden. Aber ich weiß nicht genau, hier fand ich es irgendwie ein bisschen schwierig teilweise mit dem Pacing und vielleicht lag das eben auch teilweise an der fehlenden Musik und an den Szenarien selbst. Und letztendlich eben auch, weil ich diese Art von Sache, wo es dann halt darum geht, oh ja, Trauma und dies und da ist, weil ich das eben ja auch schon in anderen Medien gesehen habe. Und das ist auch für Anime-Sachen durchaus nicht fremd. Und genauso habe ich dann auch gedacht, garantiert ist das wieder einer von diesen Filmen, die da irgendwie vergleichsweise abrupt enden. Und das ist hier ein bisschen auch der Fall. Ja, dennoch fand ich es insgesamt positiv, dass dieser Film hier relativ weit geht in dem, was er sich traut. Nämlich, dass er zeigt, dass gerade der Hauptcharakter, die Hauptfigur hier, Roger, nicht nur positiv ist, dass Roger sogar selber erkennen muss, welche Bedeutung er für Amanda hat. Nämlich zum einen, dass er für sie ein Hilfsmittel ist, etwas zu überwinden, aber auch, dass er für sie eben keine rein positive Assoziation ist, wie sie für ihn, sondern dass er für sie mit einer ganz tiefgreifenden Erschütterung und Verletzung verbunden ist. Dass also, wenn Amanda ihn irgendwann loslässt, dass tatsächlich eine positive Entwicklung für sie signifizieren kann, auch wenn es für ihn schmerzlich ist. Und dass diese Ambivalenz auch im Leben existiert, das ist auch, denke ich, eine ganz wichtige Lektion für Kinder und etwas, das Kinder ja auch oft bestimmt erleben und hier gespiegelt sehen, dass man sagt, etwas, das mir wehgetan hat oder mir weh tut, ist für einen anderen aber wichtig und notwendig. Oder umgekehrt, etwas, das für mein Wohlbefinden entscheidend ist, verletzt jemand anderen oder macht jemanden traurig. Und dass man damit umgehen kann und dass man auch lernt, dass diese Situationen normal sind und immer wieder auftauchen, dass es eben keine Art von emotionaler Ausgeglichenheit immer geben kann. Ja, ja, durchaus. Das ist alles hier mit drin und daran ist auch nichts Falsches. Ich war nur an sich mit der, weiß nicht, irgendwie letztendlich so mit der Macher, also dem gesamten Vibe, war ich nicht zufrieden. Was ich noch ganz spannend fand, den Stil. Weil ich finde, auf den ersten Blick wirkt das sehr, sehr klassisch Anime, auch sehr poliert, sehr modern. Aber es gab immer wieder Momente, wo so, also keine Ahnung, gucken wir uns die Haare an oder es gibt ja diesen, diese Handlangerin, dieses auch, ne, die imaginäre Freundin von dem Antagonisten, wo so ein bisschen mehr, weiß ich nicht, krakeliger gezeichnet wurde, so ein bisschen, also noch mehr finde ich so, dass das Handwerk irgendwie wie raus, raus, raus kommt. Das fand ich super spannend und das halt auch, ich hab die anderen beiden auch nicht gesehen, aber bei Yves wirkt es immer so, als seien nur die, äh, imaginären Freunde in unserer Welt. Hier sehen wir ja wirklich ganz andere Welten, also wie quasi ein, ein Dachboden zu allem möglichen werden kann oder, also auch Welten entstehen und zusammenbrechen. Das fand ich super, super beeindruckend. Ja, da gab's ein paar schöne Momente durchaus. Eben auch die Idee hinter der, hinter der Zuflucht der Imaginären und, ähm, und all diese Sachen, all dieser, diesen, äh, diesen Mittelteil des Films, das, das fand, das fand ich war ziemlich schön gemacht und auch sehr niedlich. Und, ja, also da, da gab's durchaus ein paar schöne Sachen. Ich denke, es ist auch ganz nett, dass man hier in den Zeichnungen, auch wenn sie den typischen Anime-Stil haben, noch sehen kann, wie sie mit den Illustrationen von Emily Gravitt, die eben die Buchvorlage von A.F. Harold zeichnerisch illustriert hat, verbunden sind, dass obwohl ihr Stil wirklich tatsächlich, du sagtest, leicht krakelig und das passt auch ganz gut, also diesen typischen Kinderbuchstil noch hat und sehr weit weg scheint von dieser Anime-Ästhetik, dass man noch Parallelen erkennt und sieht, wie das darauf und davon inspiriert ist und nicht einfach nur die Geschichte genommen wurde, sondern dass durchaus auch visuelle Aspekte eingebunden und verarbeitet wurden. Und es wird ja erfreulicherweise, also ich würde sagen, nicht gänzlich, also ich hatte das Gefühl, dass so ein paar Shots, da wird auch CGI, also Computer-Ami-Animationen genutzt, aber sonst wirkt das insgesamt sehr handgemacht und das finde ich einfach unglaublich charmant, weil es ja doch inzwischen sehr viele Animes gibt, wo auch sichtbar mit Computer-Animationen gearbeitet wird, was man glaube ich auch machen kann, aber ich finde dieses handgezeichnete, gemalt, das hat nochmal einen ganz eigenen Charme. Ja und hier ist das CGI sehr viel besser eingebunden als bei sowas wie Lonely Castle and for Mirror, wo alles so extrem hässlich herausgestochen hat und hier finde ich, hat das alles ein sehr schönes, organisches, Ganzes ergeben. Ich war vom Stil hier von Anfang an, weil ich sehr daran erinnert, ich musste sofort denken an so etwas wie Lauras Stern. Auch wegen dem Stern, ne? Ja eben, genau, es ist sofort, hat sich das dann bei mir aufgedrängt und genau, es ist halt optisch, es ist so ein bisschen so eine Mischung aus Lauras Stern und so etwas wie Ponyo, da habe ich definitiv diese Vibes gehabt. Habt ihr noch einen Punkt, den ihr zum Film ansprechen wollt? Ich weiß, die Synchro ist sehr lebendig und niedlich gemacht und so weiter und man merkt, dass sich die Leute sehr viel Mühe gegeben haben hinter dem Ding und ich glaube, mir habe ich jetzt erstmal nichts zu sagen. Geht mir genauso, ich habe alles gesagt, was ich sagen möchte. Perfekt, dann gehen wir doch zum Fazit über. Lasse, du hast es ja schon ein bisschen durchgehen lassen, du warst nicht begeistert, vielleicht magst du es nochmal in Worte zusammenfassen. Sicher, ja. Ja, also letztendlich hat mir der Film nichts gegeben, was mich in irgendeiner Form jetzt groß bewegt hätte. Halt, ich fand ihn jetzt nicht, ich fand ihn nicht lustig, ich fand ihn nicht traurig, halt ich war an einer Stelle kurz so ein bisschen gerührt, aber gerade auch gar nicht im Finale wirklich. Ich finde halt, es gab andere Filme, die diese Art von Konzept so ein bisschen, weiß nicht, besser gemacht haben und dann war es auch nur Bestandteil von anderen, größeren Plots noch, halt wie gesagt, so etwas wie Inside Out zum Beispiel. Und wenn ihr einen Film sehen möchte, der, wie ich finde, wirklich richtig gelungen in die Psyche eines Kindes eindringt und die Psyche eines Kindes versteht wie kaum ein anderer Film, dann solltet ihr euch die Realfilmadaption von Wo die wilden Kerle wohnen anschauen, von Spike Jones, weil ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr bemerkenswerter Film, der auch einige ähnliche Sachen macht wie dieser hier, aber ich finde das sehr viel, sehr viel cleverer und sehr viel interessanter alles verarbeitet und dieser hier ist ja, ein netter Versuch und ich finde auch, das Studio kann durchaus mehr garantiert auch noch in der Zukunft. Ich hoffe, dass sie noch viele, viele weitere Sachen zum Ausprobieren kriegen, aber diese hier hat mich einfach auf keiner emotionalen Ebene wirklich abgeholt und das tut mir persönlich auch sehr leid. Glieder, wie ist dein Fazit? Auch ich habe ja das meiste schon gesagt, Yoshi Yuki Momose gelingt ja ein wirklich zauberhaftes Werk über die Kraft, Verletzungen in der Vergangenheit zu überwinden, über die Ambivalenz von Freundschaft und den Mut gegen schwierige Situationen und düstere Gegner zu bestehen, ohne dass das Ganze in Kitsch übergreift oder auf simple Formeln wie man muss es nur versuchen, dann wird alles gut oder glaub an dich, dann ist die Welt schon gerettet, zurückgreift. Der Film zeigt ja uns gerade die Ambiguität des Lebens in einer sehr fantasievollen, lebendigen Form und auch wenn hier nicht ganz der höchste Anspruch erfüllt werden kann, denke ich, ist das wirklich ein kleiner, aber sehr sehenswerter Film, der absolut viel Versprechen in die Zukunft des Studios weist und ich hoffe, noch mehr davon zu sehen. Ja, mir geht es ähnlich, ich bin auch, also ich hab, mich hat der emotional tatsächlich berührt, gerade gegen Ende, ich find auch, der hat das geschafft, was ich mir immer von Animes hoffe, dass sie mir so eine Welt zeigen, die ich nicht kenne, auch so eine Welt, in die ich irgendwie eintauchen möchte, also auch so ein bisschen dieser Eskapismus-Denken, so okay, Animes, das sieht schön aus, das ist bunt, das ist aber auch gleichzeitig ja traurig und ich bin ganz bei, die Lieder, ich fand den auch nicht kitschig, da gab es irgendwie in den letzten Jahren, ich denke da an Bell von Mamoru Hosoda, ja, den ich wirklich ganz, ganz furchtbar kitschig fand, da hat der hier, finde ich, genau die richtigen Knöpfe gedrückt und es fehlt für mich irgendwie noch auch so der letzte Funken, dass ich denke, das ist wirklich ein Film, den ich ganz, ganz fantastisch finde, aber ich hab mich wirklich darüber gefreut, der hat mich berührt und ich bin auch wirklich gespannt, was von dem Studio noch kommt und ich freu mich auch, dass Netflix inzwischen mehr Anime-Filme im Programm hat und da scheinbar mehr macht, also da ist ja auch dieses Jahr My Only Girl erschienen, den ich auch ganz, ganz süß fand und das freut mich einfach, einfach, ich brauche mehr Anime-Filme hier in Deutschland, weil irgendwie doch gefühlt noch nicht genug hierher kommen. Das schön gesagt. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, den Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt, den Podcast, könnt ihr glaube ich überall hören, wo es Podcasts gibt oder fast überall, da könnt ihr im Zweifel auch gerne kommentieren und uns eine positive Bewertung herterlassen, ihr könnt auch sehr, sehr gerne auf unserem Discord-Server vorbeischauen und dort mit uns oder anderen Filmbegeisterten über Filme diskutieren, vielleicht über diesen Film und nochmal sagen, ui, wie hat der euch gefallen oder es gibt noch eine Empfehlung, Lasse, du hast ja auch eine Empfehlung ausgesprochen, sozusagen zu dem Thema in die Richtung, vielleicht, wäre das was für euch und ihr schaut, da mal vorbei. Lasse Lieder, wollt ihr sonst noch was sagen? Das war's soweit, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ihr lieben Leute. Ja, auch ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und verabschiede mich damit. Und ich danke mich noch bei euch beiden. Ciao, ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.